So Glurak, ich werde dich down bringen mit fucking Verzweiflern. Das Downsyndrom Glurak, kommt jetzt an den Ende. Ich kann mich heilen, ich kann mich heilen, ich kann mich jetzt heilen. Oh DEEEF! Einfach das dritte Mal, dass ich mit Verzweiflern gewonnen habe. Oh du weißt ja, das war ja Bildermann. Hahahaha! 24 Minuten, oh, 25 Stunden, ist easy, du bist... Pseueueueue, ich bin da herangekommen. Hmm, B, was ein Kackname. Mann, Evoli sollte nicht so glücklich aussehen. Ihr beide habt keine Gemeinsamkeiten! Unverlegt, egil... Ah ok, wir wollen nicht, easy Meisterball, fick dich! Aaaaaaaaaaah! Hahahaha! Ich will dieses Schalogen, weil es ist ja mit 10 weiterentwickeln. In einem Schalordeckel. Ja. Es ist... Nobben... ...kön... ...dumm... Also damit hat Mr.Pogman dir nachher einen Huggel-Ecks gegeben. Aber ja doch, hier ganzes Ei gleich mal wieder an. Ich werd mal eine Weile aber aufpassen. Was, Professor, ich habe dir diesen Huggel-Ecks gegeben. Na, dann bist du talentvoll. Dann seh ich doch, was du aus dem Morbel zu einem Vampir entwickelt. Ja, das ist wirklich talentvoll. Hm? Könntest du bitte nicht wie eben so ein komisches... ...semi-nazi-Doktor tönen? Hä? Wie soll ich denn sonst tönen? Eeeeee... 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 Wie ist das so komisch? Wie soll ich denn sonst für dich tönen? Wie Marcel einfach. Pfff... Ok, stimmt. Eeeee... 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 Du sollst weiterhin die Pornostimme haben, Marcel. Ja, wieder nicht. Doch. Schnauze, du kriegst nicht 1 Cent von mir! Was? Ehehehehe... Das ist best die Antwort drauf eh auf escht! Was denn? Schnauze, du kriegst nicht 1 Cent von mir! Ja! Was hast du noch nie an deinem eigenen... Nein, ich habe nie im Ständer geschlissen. Ehehehehe... Ehehehe... Ehehe... 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 Also, Masturbation ist eigentlich im Ständer schreissen. Ehehe... 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 Ach gut... Kannst du das also so dämmsprechend nachher, ähm, ähm, du hast... Ehehe... Du hast... Keine Verschnitte gebraucht, du hast dich selbst beschnitten. Lol. Er hat die Haut einfach genommen und er hat ein Zelt gebaut. Bist du schon wieder die Antenne, Josh? Weird flex, but okay. Ja, dammit. Ich werde nicht mehr wieder normal sitzen können. Oh, das sieht so scheiße aus. Mein Gesicht sieht auch scheiße aus. Oh, bitte. Oh mein Gott. Oh Gott, läuft das. Schaut nochmal was. Das passiert mit den Kindern, wenn sie nicht in die Schule gehen. Pfff. Ja, das muss tecnen. Wie viele Anzahl an dem Furzen. Du grüßt. Wieso tecnen sie so ein Kamel wie ich? Hahaha. Fuck you, Flo. Also, ähm. Hast du jetzt einfach Mayonnaise bei dir gelagert gehabt? Ja, so 20 Tauben und die alle verbraucht? Nein. Es hat zwei Tauben gehabt und eine, die ich noch selber gekauft habe. Ja. Und ähm. Das ist jetzt zwei Wochen. Das ist zwei Wochen her. Hast du deine Glasse mit Mayonnaise garniert? Nein, 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 nein. Aber ich nehme gerne... Ehm. Irgendwann ist um Mittag rum, also zwei, drei. Ehm. 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 Lärm dich springt nicht. Was? Pinkes Marshmallow. Pinkes Ma... Oberrechts. Ich weiss, du meinst mehr. Ich weiss. Vor allem, wieso sieht es so pink aus? Meinst du mein T-Shirt? Oder mich gering? Das ist das... BÖSES. Easy. Äh... Klar, ich sag draus mehr. Ich kann dich zwar nicht hören, aber... Ist schon etwas am Essen? Ja. Lass dich Catherine, komm zurück! Weg dich! Ist jetzt eigentlich der Mittelfinger in real life. Komm bitte, machs nochmal. Okay. Okay. Und jetzt noch ein Dab. Ich habe das Geilster. Hey, look mal! 3 Frames per Second. Schau mal! Es ist Clockmaster! Ich glaube es wäre ein Yoshi rebooten. Ich glaube es ist nicht Cock... Es ist nicht Clockmaster, es ist Cockmaster. Ja, das gehört mir auch ein Säge, ein Freundscher für Sprecher. Es ist nicht Clockmaster, es ist Cockmaster. Okay... Hebe nicht bei einem Kabel selber? What the fuck? Ich habe noch nie gesehen, dass sie dort hinten geht. Oh Gott ist das Ding dick! Lass mal an! Ich habe wirklich einen Scheissjob gemacht bei dem. Das andere ist zu dünn und das hier ist zu dick. Mach doch dein Fenster größer, dass man etwas sieht. Am Anfang sah es aus wie ein Sandwich, am Ende wie eine Salamischeibe. Aber es war zu steif für eine Salamischeibe. Es ist eine Teilseite... Teilseite gescheiben. Jetzt habe ich einfach Käse! Wow! Das wollte ich nicht. Aber genau so sieht man wenigstens etwas. Ja, aber jetzt kann ich sie nicht kleiner machen. Ah ja, gut, der war jetzt ein Spech. Das ist Shit! Naja... Holy Shit ist die dick! Teilseite geschrieben. Vorhin habe ich eine Shit gemacht. So. Gut, man sieht es jetzt eh nicht ganz. Aber die ist relativ dünn. Verglichen. Ja, aber sie sieht immer besser aus als die andere, die ein halb Käse ist. Hehehehe. Geht doch, doch. Aber wirklich, deine 15 FPS sind so perfekt auf dieser Kamera. Ja. Ja, die Kamera ist ziemlich Shit. Also hast du dir wirklich alles noch mal glatt rasiert? Äh... Nein, ja. Einfach mit der Tondöse drüber. Und jetzt habe ich den Rest lassen mit dem Dings. Also irgendein Chef lassen. Ja, ja. Gut, vorher wachst du eh nichts. Ja, vorher wachst du eh nichts. Ja... Vorher wachst du eh nichts. Was? Ich meine, Lars kommt rein und ist einfach mal am Lachen. Ich bin ausgerutscht. Das ist mein Problem. Also beziehungsweise der Aufsatz ist weggekehrt. Also was jetzt? Beim Mest... Ja, folgendermassen. Beides. Bei der Tondöse ist mir der Aufsatz weggekehrt. Ich wollte eigentlich ein bisschen länger haben. Opa... Opa so viel. Bhhh... Bhhhh... Öhm... Hehehe... Genau... Ich wollte etwa so viel haben. Und auf einmal, eben, kennt mir den Aufsatz ab, weil ich zu fest drücke. Und mache einfach... Und mach einfach... Du musst gerade nicht kriegen, weil er einfach so schön... Ja, aber das Ding ist, weisst du, mein Vater hat immer gesehen mit mir den Tondöse, oder? Oder... Wenn... Das Ding, ähm... Wenn es nicht gut geschnitten ist, muss ich einfach ein bisschen fester drücken. Das scheint ein bisschen Resultate... ...zu zeigen. Mhm. Oder halt einfach, äh... Also gut geschnitten hat es auf jeden Fall, weil man sieht nur noch glatt. Tss. Ja, das habe ich am Schluss aber mit der Serie gemacht. Ah, dann sehe ich mich fast selber drinnen. Ok, jetzt dann nicht übertrieben, Giu. Ähm... Ich habe höchstmögliche FB... Wow, Giu. Auflösung! Ähm... 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 Jetzt sehen wir die Wange! Jeiss! So kannst du hochauflösende Kappel zeigen. Ähm... Ähm... Ah, noch näher, ja! Ja, komm, Josch! Ich habe... Ich habe... Ähm... Dings... Ich habe... Die FPS nicht höchlich als 15. EU. Aber du... Wenn ich vorhin... Auf das... Die FPS... Ah... Schaut mich an! Ah... Frammelschläge 0! Ich habe... 15 FPS... Wie viel Auflösung hast du irgendwie 15.000 jetzt gehabt? Aber du führst ja die FC7 auf 0. Nein, 2000 mal irgendwas 1600. Ich weiss nicht, was das für eine Auflösung ist, aber ich habe sie gehabt. Es ist ja schon Zeit, glaube. Super! Ah, warte! So, jetzt bin ich wieder da! Wieso bin ich zu beschworen? Zu klein! Ich kann wieder... Ah! Kopfverteile! So... Wie groß weiss ich etwa? Ja, es ist vielleicht klein wie vorher! So gut! Nein, man sagt noch immer! Aber die Größe passt! Das ist super! Es kommt einfach viel zu spät an! Es kommt einfach alles zu spät an! Es ist schon so, dass gerade Zeit das im Nachschub... Es hat es gerade... Der ganze Kass! Es hat es gerade in uns gesehen, als würdest du in geringe Länge! Es soll nicht wirklich sein! Ah ja... Ich nenne das, das könnte ich nicht... Aber ich verstehe! Ja... Es ist voll viel Mayo drin! Nein, das ist kein Mayo! Das ist... äh... Camembert! Und die Euseiter! Ah, Quatsch! Ah, Quatsch! Alter, die Verzögerung! Ich mache so ein Schläger! Es macht es von meiner Meinung nach super! Es ist immer so... Wenn der Gast von regelmässig in der Schnur auftut, und es kommt nichts raus! Hey, hey, hey! Du kannst nichts verletzen! Na, hauja! Bewegt die Arme nicht schnell! Ich mache es noch etwas schneller! Ja, flug heute! Ich werde danach zwei Arme! Ja, flug heute! Holy shit, der ist es... Von 1 bis orange wie in Wien bei Holländer springen! Was passiert mit den Kindern, wenn sie nicht in die Schule? Willst du hoch auflösen und den Kacken zeigen? Okay...